ARD Text im Auftrag von Funk Gehen Sie nach oben und schließen Sie sich ein. Ich bin nur anlaufend. Oh Scheiße, was ist los? Ich habe eine Mission für Sie. Was ist das für eine Mission? Haben Sie jemals von Leonard Clancy gehört? Leonard Clancy? Was ist das für eine Mission für Sie? Gut, ich mache das Schwein kalt. Ich meine natürlich, ich werde das verhaften.